Der erste Besuch, Sir. Der kleine Gockel läuft schnurstracks zum Hühnerstall. Und ich bin der Fuchs. Genau, spielen wir Fuchs. Ich habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich dieses Level schon angefangen. Und ich war aber mehr als unzufrieden damit. Das heißt, ich kenne dieses Level jetzt zwar schon. Aber nichtsdestotrotz möchte ich es trotzdem noch einmal von vorne anfangen. Weil, wie gesagt, die Art, wie ich es durchgespielt habe, hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Ich bin viel zu oft entdeckt worden. Und zum anderen habe ich dann zwei Parts gehabt, wo ich wirklich nur noch herumgeirrt bin. Und ich habe das Gefühl, dass ich vieles vergessen habe. Also, das Blind zu spielen war an sich keine so schlechte Idee. Das Problem ist nur einfach, dass ich, wie gesagt, einfach total unzufrieden mit der Art und Weise war, wie es am Ende verlaufen ist. Und deshalb fange ich mit dieser Mission am besten noch mal an. Selbst jetzt schleichen sich die Pfeffersäcke hier unten rum. Was sollen sie denn sonst mit ihrer Zeit anfangen? Sollen sie ihr Gold zählen? Hätte ich ein Vermögen in Dayport und Mohn im Überfluss, würde ich die Puppen tanzen lassen. Alles klar. Aufpasse in dich als Rattenfutter. Ähm, ich will mal kurz schnell speichern. Ja, und deswegen würde ich das Ganze gerne nochmal anspielen. Und, ähm, wir sind auf der Suche nach einem Bordell. Das heißt, mit anderen Worten, dass es viele Szenen geben wird, die ich schneiden werden muss. Weil ich festgestellt habe, dass das, ähm, tatsächlich ziemlich ungezügelt, äh, zur Sache geht hier. Und man viele Dinge sieht, die YouTube mit Sicherheit nicht mag, dass man sie sieht. Ihr versteht ungefähr, was ich meine? So in Verbindung mit Bordell und so. Ich hoffe, ihr erwartet nicht, dass ich euch helfe. Nein. Natürlich nicht, Sir. Gut, gut, eine Weile von den Großköpfen weg zu sein. Ja, ne? Okay, ähm, beim letzten Mal hatte ich zwar alle drei, aber... Ich wusste, Schauschhaus Freudenhaus steht an einem diskreten Ort, aber... Aber das? Es macht sich bezahlen, verborgen zu sein, Sir. Ja, bezahlen werde ich wohl. Okay. Ich gehe aber, glaube ich, trotzdem lieber den Weg, weil der ist mir sicherer. Und hier kann nicht weniger entdeckt werden. Neue Karte. Okay, ja, das wäre der Weg gewesen, den ich jetzt eigentlich gegangen wäre. Jetzt gehe ich halt hier einmal quasi um die Ecke. Ähm. In der Hoffnung, dass hier vielleicht sogar noch was zu finden ist, was ich mitnehmen kann. Nein? Schade. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Okay, hier, das war eine relativ knifflige Stelle, finde ich. Ich brauche keinen Geschichtsunterricht. Ja, da unten geht's jetzt weiter. Das ist über eine ziemlich, ähm, ja, wie gesagt, eine ziemlich knifflige Stelle, weil ich hier wirklich verdammt oft entdeckt wurde. Und ich möchte, wenn möglich, das dieses Mal natürlich vermeiden. Hier unten gibt's eine Menge Geheimnisse. Ich hab auch ein paar. Okay, jetzt, äh, Entschuldigung, jetzt schnell zu speichern wäre natürlich keine so gute Idee. Okay, ist das jetzt nicht so gut? Gut, ich glaube, er hat uns noch gesehen. Aber dieses Mal bin ich mir sicher, dass es, ähm, also ich hab damals nicht alle Lichter gelöscht und bin deswegen halt entdeckt worden. Demnach gehe ich davon aus, dass wenn ich alle Lichter hier ausmache, dass ich dann auf jeden Fall schlechter zu entdecken bin. Und jetzt interessiert's ihn schon gar nicht mehr, was hier abging, sondern er geht wieder einfach seiner Wege. Ich fühl mich nicht besonders. Da steht nämlich auch noch einer, das war immer mein Problem. Und das Schlimmste an diesem Spiel sind diese elendigen Vasen. Diese Vasen, die überall rumstehen und einfach dauernd kaputt gehen, wenn man es einfach überhaupt nicht gebrauchen kann. Okay, da ist er. Versuchen wir es mal mit, da hinten die auch noch zu löschen. Okay, das hat er gar nicht gemerkt. Sehr schön. Pack das weg. Ach, ich wäre dafür, dass du deine Waffe wegpackst. Ich brauche sie nicht mehr. Ah, so macht er das. Sehr schön. Ja, ich auch. Okay, da drüben ist er schon wieder. Ich würde sagen, wenn der da drüben ist, können wir hier vorne den ausschalten. Ach, ist das schön, wenn ja alles so dunkel ist. Okay, komm schon, geh da rüber. Sehr schön. Einmal kurz schnell speichern. Kann ich den rausschalten, ohne dass das lädt? Und, komm schon. Das war jetzt sehr schlau. Kleinen Moment, kleinen Moment, kleinen Moment. Ich mache das anders. Neuladen. Letzten Speicherpunkt laden, macht er das dann? Aktive. Autospeichern meine ich nicht. Letzter Speicherpunkt. Ja, das müsste ja dann der Schnellspeicherpunkt sein, richtig? Warum hat er mir eigentlich nicht gezeigt, dass ich den ausnocken kann? Okay, womit könnte ich ihn jetzt ausschalten? Sagt mir das mal. Das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Ich friere. Was ist das denn hier? Eine Blitzbombe, ne? Ach, ich habe die das letzte Mal abgelenkt. Genau, ich habe die einfach nur abgelenkt und bin dann da runter. Ich habe gar kein Bier gemacht. Schlafen. Problem ist nur, dafür brauche ich irgendwas zum Werfen. Habe ich hier irgendwas zum Werfen? Wo ist das? Ich brauche so eine Vase. Vielleicht könnte ich den ja ausrauben. Ja, cool. Blinkt da was? Da blinkt was. Da hat sich was bewegt. Ne, gut. Ich habe mich überhaupt nicht bewegt. Ich bitte dich. Boah, diese Stelle ist echt schwierig, Mann. Ich könnte was zum Werfen brauchen, aber ich habe nichts zum Werfen. Verdammt. Lag hier nicht noch irgendwo was rum? Okay, jetzt interessiert es ihn wieder nicht mehr. Vielleicht. Ich probiere mal ganz kurz was. Das Wetter schlägt um. Kann ich das Ding da werfen? Nein. Da ist was. Und? Jawohl. Einwurfobjekt. Das ist sehr schön. Diese Dinger sind schrecklich. Gute Frage. Ich würde den ja ganz gerne noch ausrauben, aber das ist mir gerade einfach irgendwie zu... zu Yoga. Oder sollte ich es in die Richtung machen? Ich glaube, ich muss das in die Richtung machen. Ich probiere es mal mit der Richtung. Hey, was ist es diesmal? Falls du was findest, sag mir Bescheid. Ah, genau. So rum war das. Jetzt. Kann ich den hier nämlich umhauen? Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Da bin ich mir sicher. So. Hinlegen. Was ist auch wahr, jetzt ist es weg. Ja. Mir gefällt das hier nicht. Mir auch nicht. Okay, und jetzt brauche ich nur noch eine Möglichkeit, wie ich den umhauen kann. Und zwar habe ich versucht... Probier ich mal damit. Wie wäre es, wenn wir es damit probieren? Nein, ich fängst. Was im Haus passiert, bleibt auch im Haus. Ja, würde ich auch sagen. Komm schon. Hau ihn um. Hau ihn um. Ich will ihn umhauen. Ich finde dich! Was soll denn der Scheiß, Mann? Warum kann ich den nicht umhauen? Das ist doch... Das ist einfach, weil ich nicht hinten an den rankomme. Das ist das Problem. Ich muss den von... Warum kann ich das nur von hinten, Mann? Ich kann ihm doch auch so eins überbraten. Das ist doch scheißegal, ob er mich dann gesehen hat oder wie. Das ist da drüben, oder? Hier ist niemand ganz sicher. Ja, ganz sicher. Oh, jetzt dreht er sich natürlich schon wieder um. Ich hätte ihn gerade umknocken können, Mann. Ach, Mann. Diese Anspannung. Was ist es diesmal? Na, super. Ich hätte einfach... Ich will keinen Ärger! Der dämliche Vogel hat mich entdeckt. Okay, vergessen wir das Ganze. Gehen wir am besten einfach hier. Längs. Ich habe Besseres zu tun. Ja, ich auch. Und genau deswegen habe ich es mir jetzt einfach gemacht und gehe weiter. Naja, sind wir halt doch mal entdeckt worden, aber kann man jetzt leider nicht mehr ändern. Der Durchlauf war jetzt nicht mehr ganz so gut wie der erste. Muss ich leider zugeben. Wow. Aber ich hoffe auch einfach, dass ich dieses Mal dann die Möglichkeit habe... Warum mache ich eigentlich alles durch? Nee, keine Ahnung. Aus Prinzip, die wirklich keiner findet. Vielleicht habe ich diesmal dann auch die Möglichkeit, einfach alles von diesem Level zu zeigen, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass ich vieles übersehen habe. Und das möchte ich nicht. Das ist auch immer sehr oft, weil ich Angst habe, entdeckt zu werden. Das ist mein Problem. Ich kriege immer richtig Schiss. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Ich trage zwar Leder, aber ich glaube kaum, dass ich als Blüte durchgehen würde. Ich muss mich reinschleichen. Wir haben euch erwartet, Sir. Dürfte ich eure Einladung sehen? Oh, die, äh, die Einladung? Oh, natürlich. Ich habe sie hier bei mir. Ich finde das blöde Ding nicht. Egal. Sir, tut mir leid, aber Madame Zhao Zhao besteht auf absolute Sicherheit. Kein Eintritt ohne Einladung. Tja, und das hättet ihr mir nicht vor meinem Ausflug in die Halbwelt sagen können? Spart euren Atem für den Rückweg, Sir. Das ist ja unerhört. Demütigend. Nach allem, was ich ja dulden musste. Die Regeln dienen eurem Schutz, Sir. Wenn wir jeden Idioten reinlassen würden. Jeden Idioten? Tja. Hütet eure Zunge, Sir. Ich werde mich bei Madame beschweren. Mach das. Aber deswegen wirst du trotzdem nicht besser hier reinkommen. So. Wupp. Okay. Das ist wahrscheinlich unser Weg nach drinnen. Hm. Komm ich da hoch? Ist ja cool. Ja. Hier. Komm schon. Huh. Tatsache. Hat mir das was gebracht? Hat es. Nicht, dass ich da unten jetzt irgendwas finde. Bzw. dass da unten irgendwas ist, was ich jetzt übersehe. Das wäre nicht so gut. Oh. Sehr cool. Also theoretisch könnte ich jetzt auch einfach durch die Haupttür hier rein. Habe ich tatsächlich auch beim letzten Mal gemacht. Da unten Glitzerfass. Ich will da hin. Gib mir das. Ein Weinglas. Okay. Beim letzten Mal bin ich tatsächlich hier durch die Vordertür reingegangen. Ich finde das jetzt aber nicht so sinnig. Zumal ich ja jetzt einen anderen Weg gefunden habe. Den ich gerne nehmen möchte. So. Hops. Oh. Aha. Sehr schön. So. Wupp. Neue Karte. Die da wäre. Ah ja. Okay. Sehr gut. Sneaken wir uns hier mal durch diesen komischen Geheimgang. Oh. Oh. Es ruckelt. Ah ja. Das ist in dem Modell leider irgendwie so gewesen. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie hat es hier tierisch angefangen zu lecken. Kann ich hier... Soll ich da rüber? Ich kann hier durch. Richtig? Oh. Auch reinziehen. Und... Komm schon. Ja. Sehr gut. Und weiter. Und durch. Mann, 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 Mann. Ah, das ist verletzend. Hier erschreckt mich immer von meinen eigenen Schritten, ey. Wirklich interessant. Ich merke, dass es ziemlich schwierig ist, immer alles hier im Auge zu behalten. Und ich hoffe immer wirklich sehr, dass ich nichts übersehe. Oh. Wo geht's denn? Ach, hier. Okay. Wundervoll. Ah, okay. Das ist dann wohl mein Eingang. Inventar voll. In Ordnung. Jetzt nicht mehr. Überall Ratten. Ah, sonst ist hier nichts. Nein. Ähm. Da ist eine Lady. Wartet. Okay, hier muss ich schwer aufpassen. Weil, wie gesagt, es gibt hier ein paar Ladies, die wirklich sehr freizügig unterwegs sind. Und. Ähm, ja. Da muss ich halt aufpassen, was in meinem Bild zu sehen ist. Ich sollte erst in Madam's Gemärchen suchen. Dabei könnte ich mir gleich die Taschen vollstopfen. Ich glaube, ich habe meinen Vetter gesehen. Die Maske ist eine echte Verbesserung. Oh, wie gemein. Erzählt mir von eurem Vetter. Madam hat uns nie verboten, ihre Mädchen anzusehen. Boah, hier ist so hell. Scheiße. Das Blöde ist nur, dass es hier überall sehr hell ist und, äh, ich das aber leider nicht ändern kann. Ich kann einfach nur hoffen. Wie hier zum Beispiel. Es ist, kommt einfach von den Lampen, glaube ich. Und dann kann ich einfach nur hoffen, dass die mich nicht sehen. Oh Gott, zuf. Sehr schrecklich. Dieser Geruch hier. Überall riecht es nach... Weihrauch? Kann das sein? Dass das Weihrauch ist? Keine Ahnung. Oh, so. Gut, jetzt habe ich wieder ein Wurfobjekt. Auch nicht schlecht. Okay, hier könnte ich weiter... Okay, es gibt, wie es aussieht, mehrere Wege jetzt hier für mich. Ich kann einmal rechts lang, geradeaus und links lang. Ich gehe aber mal im Uhrzeigersinn quasi vor. Ich hoffe, du schläfst wirklich, mein Freund. Ich nehme mich ein Problem. Ich kann da rum. Der pennt auch. Ich finde das so interessant irgendwie, dass sämtliche... Oh, ich hoffe, hier läuft keine Wache rum. Sehr ungünstig. Ich finde es so interessant, dass sämtliche Kunden hier irgendwie schlafen. Ich weiß nicht, also wenn ich in ein Bordell gehen würde als Kerl, ich habe keine Ahnung, wie das wirklich ist, aber wenn ich in ein Bordell gehen würde, würde ich doch alles andere tun als schlafen, oder? Okay, sieht aus, dass es so... Oh, Wache, Wache, Wache. Nicht gut? In Ordnung, dann gehe ich mal am besten geradeaus. Hast du da noch was für mich? Ja, das ist noch... Oh Gott. Oh, es ist mir hier einfach überall zu hell. Da sitzt einer, richtig? Okay, ich muss hier... Ich muss hier einfach kurz mal schnell speichern. Dass ich echt Schiss habe gerade. So, einmal. Zweimal. Wie ihr seht, der Pfeil zeigt direkt zu Madame Zhao Zhao's Gemächern da oben. Einziges Problem, was ich dann jetzt habe, ist, dass ich da nicht direkt hingehen möchte, sondern erstmal hier ein bisschen... Wer sitzt da, was sitzt da, das ist wahrscheinlich an der Wache, was ich nicht gut finde. Heißt also, wir gehen jetzt doch erstmal an. Ihr seid zum ersten Mal hier. Wie schön. Oh, stopp. Woher weißt du das? Ich trage eine Maske. Ich habe nicht euer Gesicht angesehen, Sir. Ja, Frauen wissen sowas einfach, mein Freund. Wieso gehst du mir aus dem Weg? Mann, Susi, du kennst doch Madams Regeln. Die Ware wird nicht angefasst. Und wenn deine Schicht vorbei ist, was machst du denn? Ich gehe heim und hole mir einen runter, wie immer. Ja. Also ich glaube, hier zu arbeiten ist für die Wache schon hart irgendwie, oder? Ich persönlich fände es zu wichtig als, ja, warum liegen die mal Rosenblätter auf dem Boot? Oh. Das sagen die Wachen auch immer. Okay, noch einmal kurz schnell speichern. Ziemlich viel Opium. Wenn ich die Pumpe überlaste, gibt's für alle süße Träume. Hinter dem Tank ist ein Mechanismus. Ich muss die Klappen bedienen. Wer denn sagt, wir sollen immer unter die Masken sehen, aber die sind alle so paranoid? Am besten ist es, wenn sie einschlafen, bevor sie fertig sind. Jedenfalls kann man sie dann leichter zeichnen. Zeichnen? Warum sollte man sie zeichnen? In Ordnung. Ähm, das ist kein Weihroh, das ist Opium. Okay. Okay, ihr merkt schon, das ist, ähm, alles andere als, äh, konservativ, dieses Spiel. Hast du Duke Thorburn heute schon gesehen? Bei Madams Bonus für Extras könnte ich den Mann melken. Er redet ständig von seinem Vetter im Schatzamt. Wenn du das machst, kannst du deine Bettwäsche eine Woche lang einweichen. Aber sein langweiliger Freund Horatio Dingens ist hier. Hoffentlich tut dir der Bastard nicht wieder weh. Horatio Dingens, naja. Wo ist die Wache? Hier ist doch gerade eine Wache rumgerannt. Ist die nicht mehr hier? Ich musste diese Woche schon für drei Männer Dockschwalbe spielen. Die Ärmsten. Zu Hause kriegen sie's nicht besorgt und nach Skin Market trauen sie sich nicht. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Also kann ich hier schon mal das Licht nicht ausmachen. Das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Oh Gott, Robert. Schrecklich. Ich kann einfach nichts mit ihm anfangen. Als würde man eine Schildkröte streicheln, was? Okay, ich muss irgendwie an diesen dämlichen Mechanismus vankommen. Oh, das Bild krieg ich nie mehr aus dem Kopf. Außerdem habe ich keine Ahnung, wo dieses komische Opium ist. Oh. Ich glaube, wo will sie hin? Ah, sie gehen. Nein, sie geht. Nein, sie gehen beide. Ich bin neuerdings so müde. Oh, soll vorkommen. Ich hoffe, die will nicht hier rein. Aber das ist schön. Wenn die beiden nämlich abhauen, habe ich... Oh Gott, nein. Oh. Nein. Ich greife keine Damen an. Halt. Vogel. Einmal noch schnell speichern. Vogel. Okay, ich muss langsam sein. Ich will, guck mir. Da ist Inventar voll. Hier ist noch was. Ähm. Ansonsten gibt es hier nichts zu holen. Einziges Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich hinter diesen komischen Kessel muss. Aber wie? Ach, da. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade getan habe. Kann ich hoch? Ich kann hier hoch. Ich tanze auf Tischen und Bänken, du. Oder nicht? Ach doch, habe ich das jetzt schon gemacht? Hat es funktioniert? Ich hoffe doch. Was anderes finde ich hier gerade nicht. Äh. War da eben jemand? Nein. Mein leerer Magen spielt meinen Augen streichel. Definitiv. Oh Gott, wenn die jetzt hier runterkommt, habe ich ein Problem. Scheiße, sie kommt hier runter. Die Sachen regeln das schon. Natürlich. Dazu sind sie ja da. Ja, sicher, sicher. Nein, nicht runter. Nein. Verdammt. Okay, ähm. Wie es aussieht, hat es nicht funktioniert? Oder gilt das nur für die Räume oben? Es wird spät. Wo ist sie denn? Da ist sie. Okay, aber ich muss jetzt sowieso kurz meine Folge beenden. Ähm. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, dieses Mal werde ich ein bisschen mehr von diesem Bordell zu sehen bekommen. Ach, sie geht wieder. Sehr schön. Ähm. Ja, tut mir wie gesagt leid, dass es beim ersten Mal nicht funktioniert hat. Die Nacht dauert es nicht. Jetzt werdet ihr es ja auf jeden Fall nochmal sehen. Und ja. Kommentieren und bewerten nicht vergessen. Lasst mir doch noch ein Däumchen drauf da, wenn es euch gefallen hat. Und vor allem abonnieren auch nicht vergessen. Abonnieren und von den Abonnieren-Button drücken. Und schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da sind wichtige Links drin. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.